Und willkommen zurück zu Mario Part 6. Wir haben drei Cups fertig in 50 CC, jetzt kommt der letzte Cup. So, dann wollen wir mal starten. Oh, das war mal ein guter Start. Nicht schlecht. So, dann haben wir einen kleinen Trick. Wir gehen so weit rüber und sagen, nicht schlecht, ne? Ja, das ist so ein kleiner Geheimweg, naja. Manchmal klappt es nicht. Und ich probiere den dann nicht nochmal aus, weil so viel bringt ja auch nichts. Und wenn man dann daneben springt, dann kann das auch mal schief gehen. Und dann sagt er umgekommen, bye bye. So, wen treffe ich jetzt? Torwart und feuer. Was? Ich habe doch nicht tot getroffen. Ich höre einen Motor von ihm. Das war riskant. Hä? Sehen durch den Zaun? Wie dumm ist das denn? Oh, scha- Wow, Glück gehabt. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass grüne Panzer durch was durchgehen können. Na gut. Nein! Ich wollte tot damit abschießen. Dummer Affe. Nein! So. Wenn ich klein bin, kann mir das was antun. Dann werde ich zerkleinert. Aber so, glaube nur bei dreimal, dann rutsche ich aus. Ich klaue. Oh nein. Los, los, los. Oh, zu spät. Toll. Schade, fast. Und, feuer. Oh, yo, schee-se. Was ist jetzt los? Tant. Oh, Mann. Das ist gemein. Als Fünfter durchsiedeln noch gekommen. Was, letzte Runde? Ach, du Kacke. Ich dachte, das wäre jetzt vielleicht... Was weiß ich. Jetzt erst die zweite Runde. Na gut. Väter bin ich. Nein. Bitte nicht. Das kannst du jetzt wirklich nicht sein. Oh. He. Geil. Ich habe eine Kettenreaktion ausgelöst. Was? Ein Pilz? Oh. An diesem Platz bekomme ich nur... ...drei Punkte, glaube ich. Das ist mir zu wenig. Ich muss den Rückstand wieder aufholen. Schnell. Da ist er schon. Wah. Cool, ich habe ihn überholt. Jetzt muss ich nur noch den ersten überholen. Das ist nämlich Donkey Kong. Der Affe. Wow. Das passt sehr gut. So, Donkey Kong. Das. Ne. Ich denke mal, ich habe jetzt gewonnen. Ja, erster, aber ganz knapp. Hinter mir Donkey Kong. Und dann kommt Tord und dann Wario. Ganz neun Punkte für mich. Das ist doch schon mal was. Super. Wie ich mich freue. Juhu. Und, das war die erste Runde. Jetzt kommt die zweite Runde. Das ist doch dieses komische Fragezeichen-Labyrinth. Ja, Yoshi Ballet. Das ist ganz lustig. Da sieht man nämlich nicht, wer vorne ist. Ach ja, ich habe ja eh eine andere Ansicht. Oh, doch. Gut, ich glaube, ich bin vorne. Sicher schon. Oh, das war so. Aber nimmt das dort. Oh, shit. Also, da geht es aber auch tief runter. Ach du. Ach du, heilige Wurst. Oh. Fängt ja sehr gut an. Hoffentlich bekomme ich einen Blitz. Toll, die sind wirklich nie eigentlich. Aber egal. Ausnahmsweise gehe ich ihn heute mal. Hey, das ist irgendwie blöd. Ich wüsste jetzt gerne, welcher Platz ich bin. Wow. Cool. Zack. Da, Donkey Kong. Ich bin's weiter. Komm, ich will noch überfahren. Ja. 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 Aber ich habe ihn übergefahren. Jetzt aber nah. Das wäre nicht schlecht. Aha. Hey, Donkey Kong ist auch was gerutscht. Warum das? Na gut. Also, das war kein guter Start am Anfang hier in dieser Runde. Yoshi Belay. Mäuse. Mäuse. Igel. Mäuse. Scheiße. Ich weiß, die rückwärts hast du nicht. Egal, wo ich nicht. Mann, Mann, Mann. Das nervt mich jetzt wirklich. Ich glaube, ich bin nicht mehr erster. Oh doch. Wenn Donkey Kong hinter mir ist, dann schon. Okay, das war doof. Und bam. Was? Mist. Na, uah. Uah. Knapp. Und tschüss. Mich wird tor zweiter. Jetzt werden Abstand noch höher. Jetzt wird nicht schlecht. Final lap. Verdammt, diesen Weg wollte ich nicht nehmen. Genau deswegen. Das ist wieder die letzte Runde. Wow. Wow. Alter, hey. Trott ist auch ausgerutscht, habe ich gehört. Der Kugel ist hinter mir. Der darf nicht zweiter werden. Oh, ich hätte nur abwarten sollen. Naja, die Wirkung ist jetzt nicht so lange. Ja, das ist das Beste, was ich bekommen kann. Damit habe ich den Sieg schon sicher. Sieg. Oh, das war sehr knapp. Alter Schwere. Das war super knapp. Hätte ich gar nicht gedacht. Und wenn der rutsche ich nochmal auf eine Banane aus. Aber das interessiert keinen mehr. So, wieder erster. Aber dieses Mal war es etwas knapper. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Ach du Kacke. Ich spurt nochmal zurück und guckt auf die Zeit. Ja genau, und damit ist schon unser Part 6 beendet. Bis dann.